8 Uhr morgens, Neustift bei Passau. Elisabeth Lindinger zieht heute in ihre neue Wohnung. Die Familie hilft. Guten Morgen, grüß euch. Und seid fit? Immer. So, dann fangen wir an. Für die Kleinwüchsige braucht die Wohnung ein paar Anpassungen. Lagebesprechung mit Zwillingsschwester Katharina. Da können wir auch über euch hin. Und da muss ich oben Gäste anhand dir aufheben. Da oben können Gäste haben, die können sich dann selber holen. Hinter dem Sockel von deiner vorherigen Kühe können wir mal schauen, ob der passt, der da funktioniert. Ja, kann ich nicht betrachten. Spielen, spielen an der Wand. Vater Christian hat sich schon mal den Schrank vorgenommen. Diese Kleiderstrange, die da oben war, hab ich schon mal runtergehängt auf die Höhe. Probier's mal, ob das passt. Und wenn das passt, dann machen wir die da auch runter. Passt mir ein bissel hoch, oder? Nein, eigentlich geht's. Viele kleine Änderungen stehen heute an. So ein Umzug ist selten ohne Unterstützung möglich. Doch obendrauf kommt für Elisabeth und ihre Schwester, fast ihre gesamte Umwelt ist auf die Physiognomie durchschnittlich großer Menschen genormt. Als Kleinwüchsige bedeutet das, sich permanent arrangieren zu müssen. Ja, es ist ein Schwarz selber, geht. Aber das ist so lang und das macht's tatsächlich ein bisschen schwierig. In der Küche helfen Podeste. Denn oft fehlen nur ein paar Zentimeter zu einem Leben auf Augenhöhe. Viele wissen das nicht. Die meisten gehen davon aus, wir brauchen alles niedrig. Auch wenn wir mehr sitzen bei einem Tisch oder so. Aber dann müssen wir uns noch weiter bocken, weil wir ja kurze Hände haben. Und das irritiert die meisten. Das Credo der Zwillinge, Fragen stellen statt vorschneller Schlüssel. Im Freundes- und Familienkreis gibt es keine Tabus. Und außerhalb? München. Heute ist hier Inklusionstreffen. Im Gepäck haben die beiden eine Überraschung. Davor geht's aber noch zum Shoppen. Bei dem Gedrängen nicht einfach. Ständig. Man hat eine Handtasten. Einfach Gesäß und Koffer und irgendwas vor den Füßen bzw. im Gesicht. Und man weicht eigentlich ständig noch aus. Auch der Nahverkehr ist für Menschen ausgelegt, die einen halben Meter größer sind. Einmal die Nächste. U-Bahn fahren erfordert Konzentration. Und immer Mitdenken für die anderen. Gerade ist zum Glück keine Stoßzeit. Denn auch das sichere Hinsetzen dauert etwas länger. Vor allem für Elisabeth. Sie ist mit 1,22 m noch mal gut 10 cm kleiner als Katharina. Da wird man leicht übersehen. Diesmal läuft alles glatt. Jetzt geht's zum Shoppen in die Innenstadt. Auch das hält so manche Herausforderung bereit. Ich möchte irgendwie ein neues Kleidchen. Ein Kleidchen war schön, ja. Ein neues Kleid. Aber ich geh mal relativ offen rein. Weil desto engstündiger wir zwei zum Kaufen gehen, desto deprimierter wird's. Wie sind die Chancen, dass ihr was findet? Und für Hosen her, denke ich, eher ... 30 Prozent. Ich dachte, auf 20 Prozent runtergehen, dass man erst 5. Elisabeth sieht ein Kleid. Nein, zu groß. Dass etwas gleich passt, ist selten. Die Schnitte müssen später oft angepasst werden. Dieses Modell vielleicht? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es schaut an einem selber immer wieder anders aus wie Sie. Ich hab schon oft Leute drin, die waren super schön. Und dadurch, dass aber ich keine Oberweite hab, oder relativ wenig, ist ein Dach ganz ein nasser Sarg. Was man auch beachten muss, ist, wie die hinten geschnitten sind. Weil durch das Hohlkreuz schaut das dann wirklich oftmals ... Wie ein Entenpropo aus. Ein Entenarsch aus. Shoppen heißt deshalb kreativ sein. Nach besonderen Größen und Schnitten suchen. Am Spaß ändert das nichts. Du schaust aus wie damals in der ersten Blase. Da haben wir auch so Kappen gehabt. Jetzt wird es ernst. Auf geht's zur Anprobe. Elisabeth beginnt. Und? Ach. Ja. Nee. Nein, lider nicht. Draht dich um. Wo? Da sieht das aus, irgendwo hinten. Nö, vergiss das. Nö. Entweder a nachtemt oder b? Ne. Nicht mehr das. Sorry, aber ich glaub, so ehrlich dürfen wir schon zueinander sein. Zweiter Versuch. Schon, oder? Ja, schlecht schaut's nicht aus. Braucht es Anpassungen? Ein bisschen was muss man machen. Ganz zufrieden ist Katharina nicht. Es schubt sich da hinten auf und du kannst es auch wieder abnehmen. Die Länge sind einfach gut. Jetzt ist sie selber dran. Mit mehr Glück? Die Länge war zweimal. Ich wollte dich gleich in Weißhung, würde ich fragen. Ein voller Erfolg. Nach gut einer Stunde shoppen. Wie war die Ausbeute? Sehr gut. Ja, muss man schon sagen. Es gibt vergleichbar dazu Tage, da haben wir neun oder acht Stunden unterwegs gewesen. Da haben wir nur mit einem T-Shirt oder zwei Pullis draus. Von dem her sind wir zufrieden. Mit vollen Taschen zum eigentlichen Termin. Gleich treffen die beiden eine alte Freundin, Silvia Stein. Silvia ist seit vielen Jahren aktiv im Verein Kleinwüchsiger Menschen und hat den beiden früh geholfen. Vor allem, indem sie ihre eigenen Erfahrungen geteilt hat. Positive wie negative. In der Schule, ich bin eigentlich nie gecancelt worden oder so. Oder ausgelacht oder irgendwie geärgert worden. Im Gegenteil, ich war Klassensprecher und so. Ich hab erst dann gemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht, wie ich eine Lehrstelle gesucht hab. Ich geh erst mal in den Kindergarten und wachs und so. Das war dann, ja, ein bisschen schwierig. Auch als sie meine Mama angeredet haben, da haben sie zwei gefragt, ob wir im Zirkus arbeiten. Und das war echt so eine volle Schockerfahrung. Erfahrungen, auf die die beiden immer offensiv reagiert haben. Öffentlichkeit suchen, statt sich verstecken. Dieses Jahr wurden sie ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Als die kleinsten Zwillinge der Welt. Den Rekord wollen sie nutzen. Man hat jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Und jetzt versucht man das natürlich zum Nutzen für Inklusion. Einfach mal wieder die Leute ins Gedächtnis zu rufen. Hey, es gibt so viele verschiedene Behinderungen, so viele verschiedene Menschen. Und jeder Mensch ist auf dieser Erde eine Bereicherung. Und um das zu merken, muss man einfach nur ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Mit Elisabeth und Katharina, den kleinsten Zwillingen der Welt. Es ist ein guter Dünen. Deswegen wird sie in der Welt sein. Und wir haben heute deshalb gedacht, die vacunate Es ist зай два Update. Untertitelung des ZDF, 2020